Mit Ihrem neuen Porst Soundprojektor können Sie selbst gedrehte Tonfilme vorführen, nachträglich im Projektor vertonen, und was am meisten Spaß macht, mit fertigen Tonfilmen einen lustigen Filmabend erleben. In Ihrem Fotopostgeschäft finden Sie eine große Auswahl an herrlichen Spielfilmen von Piccolo. So zum Beispiel... ... ... ... ... Oh, ich liebe solche Sachen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020